Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo, Petri! Was ist denn los? Mir hergefliegt und unterwegs. Etwas von Himmel gesät. Littlefoot muss auch sehen. Was hast du gesehen? Das große Überraschung. Komm mit! Dieses Weg! Dieses Weg! Hallo, Littlefoot. Papa, du bist zurück! Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag. Vor uns liegt der wunderschöne neue Tag. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abends neue erlebt man hier. Oh! Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit! Ah, das ist ja eine Überraschung, dass du und Shorty wieder im großen Tal seid, Papi. Wir sind dieses Mal früher gekommen als erwartet, aber... Du weißt doch, warum dein Vater hier ist, oder? Ron, mein Junge. Wir haben uns schon langsam gefragt, wo du so lange bleibst. Ich hab schon angefangen, den Prüfungsplatz vorzubereiten. Den Prüfungsplatz? Ja, für die große Langhalsprüfung. Hä? Die große Langhalsprüfung ist eine Reihe von Aufgaben, die junge Langhälse bestehen müssen, bevor sie in der Gruppe der Heranwachsenden aufgenommen werden. Normalerweise kümmern sich die Mutter oder der Vater von einem jungen Langhals darum. Deswegen bin ich hergekommen. Verstehe. Und was muss ich tun, um die Langhalsprüfung zu bestehen? Ah, das wirst du schon noch erfahren. Die Prüfung soll zeigen, ob ein junger Langhals die Fähigkeiten besitzt, die man braucht, um eines Tages eine Herde zu führen. Ist ja verrückt. Du solltest heute lieber früher schlafen gehen, mein Kleiner. Deine Großmutter hat recht. Bei den ersten Strahlen der großen hellen Scheibe brechen wir zum Prüfungsplatz auf. Was ist los, Little Food? Bist du nervös wegen der Prüfung? Ein bisschen. Ich will die Prüfung unbedingt bestehen. Aber ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, um mich vorzubereiten. Bronn sagt entweder, man ist für die Prüfung bereit oder man ist es nicht. Das klingt fast so, als hätte Ruby es gesagt. Du hast gut lachen, Little Food. Ich möchte auch gern die Prüfung machen, aber Bronn lässt mich nicht. Du bist auch bald an der Reihe, Shorty. Wenn du bereit dafür bist. Aber ich bin jetzt schon bereit. Äh, vielleicht machst du mit Shorty heute die Prüfung. An meiner Stelle. Es wird Zeit, Little Food. Gehen wir. Ich bin auch bereit, ein Anführer zu sein. Geh doch einfach runter zur Wasserstelle, Shorty. Da kannst du mit Little Futs Freunden spielen. Ja, na schön. Ich wette, ich kann Little Futs Freunden beweisen, dass ich bereit bin, ein Anführer zu sein. Alle hergesät, da kommen Großmutter Langhals mit Shorty. Hallo, ich bin schön, dich zu sehen. Hallo, Shorty möchte gern mit euch spielen, während Little Food mit seinem Vater unterwegs ist. Wunderbar, spielen wir. Na dann amüsiert euch, Kinder. Komm, mach mit, Shorty. Wir spielen gerade Schwimmer und Spritzer, weißt du? Nein, danke. Schwimmer und Spritzer kann ich jeden Tag spielen. Aber wenn ich schon mal im großen Tal bin, möchte ich gern den großen Steinübergang sehen. Was für ein Ding, den großen Steinübergang? Ja, Little Food hat mir davon erzählt, als ich das letzte Mal hier war. Er führt hoch oben über das schnelle Wasser rüber. Ich kann's kaum erwarten, da entlang zu laufen. Äh, ich weiß nicht, ob wir das wollen, Shorty. Das klingt nach Spaß. Ein Abenteuer. Ja, und Little Food hat gesagt, dass ihr ganz verrückt nach Abenteuern seid. Ich will ein Abenteuer sehen, auf Abenteuerreise gehen. Das schärfste Abenteuer ist der große Steinübergang, na klar. Das ist ein Weg, den ich nicht mag. Das dauert mindestens einen Tag. Dass du weit weg mein Mami sag, ist gar nicht wahr. Hm, los mir nach, ich bring euch hin. Dann sind wir da im Handumdrehen. Wir können's nur sehen, wenn wir hingehen. Auf Abenteuerreise gehen ist schön, doch eins müsst ihr verstehen. Am schönsten ist es, wenn wir alle gehen. Du möchtest gern, dass wir mit dir hingehen. Eine Abenteuerreise ist schön. Komm, das wird Spaß machen. Na los, alle mir nach. Wieso sollten wir dir folgen? Äh, naja, weil ich... Weil ich... Ich die große Langheitsprüfung schon bestanden habe. Oh, ist das wahr? Klaro, Klärchen, das heißt, ich kann meine Herde zu einem Abenteuer führen. Sind wir etwa seine Herde? Entschuldige bitte, Shorty. Zum großen Steinübergang geht's da lang. Das wusste ich. Ich... Ich wollte nur erst noch einen Schluck trinken. Also, ich bin mir nicht sicher, ob er es schafft, den Steinübergang zu finden. Na und? Und wenn er sich verirrt, haben wir nichts damit zu tun. Aber ich möchte auch gern den großen Steinübergang sehen. Also, schön von mir aus. Hey, Shorty! Alles klar, wir werden mit dir mitkommen. Wusste ich's doch. Na dann mir nach. Wir sind da, mein Sohn. Und jetzt sagst du mir, worin die große Langheitsprüfung besteht? Zur Prüfung gehören drei verschiedene Aufgaben. Jede Aufgabe endet, wenn du einen roten Baumstern gefunden hast. Einen roten Baumstern? Alles klar. Die erste Aufgabe ist ein schwieriger Weg, der deine Stärke, deine Ausdauer und deinen Mut auf die Probe stellt. Du musst den höchsten Punkt des Tafelbergs erreichen, um die Aufgabe zu vollenden. Äh... Ich verstehe. Ich muss es bis nach oben schaffen. Littlefoot! Ich hab alles im Griff, Papa. Willst du lieber wieder runterkommen? Nein! Nein! Ich weiß, ich krieg das hin. Ich hab's geschafft. Und da ist ja auch der rote Baumstern. Jetzt muss ich nur noch irgendwie wieder runterkommen. Hey, super! Gelbe Summlinge! Das ist ja ekelhaft. Er steht auf scharfe Sachen. Ich kann nicht mit jemandem auf Abenteuerreise gehen, der sowas futtert. Das tut doch weh. Aber ich möchte den großen Steinübergang auch sehen. Ist schon gut, Chomper. Ich gehe mit dir zusammen zum großen Steinübergang. Die anderen gehen ohne uns mit Shorty. Na toll. Was für ein Glück. Na los, folgen wir unserem Anführer. Papa, was sagst du jetzt? Ich hab es geschafft. Ich hab die erste Aufgabe geschafft. Gut gemacht, Littlefoot. Wenden wir uns jetzt der nächsten Aufgabe zu. Dabei musst du deine Intelligenz unter Beweis stellen. Du musst den zweiten roten Baumstern finden, der irgendwo im Wald versteckt ist. Und wie soll ich das anstellen? Du bekommst drei Hinweise. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf den Baumbewuchs. Und? Pack das Problem bei der Wurzel. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs. Und pack das Problem bei der Wurzel. Wie soll ich denn bei den vielen Bäumen einen einzelnen Baumstern finden? Da oben ist er. Das ist der Steinübergang. Also, welchen Weg nehmen wir? Mir fliegt hoch und sieht, was der beste Weg ist. Ich glaube, ich möchte gern eine kleine Pause machen. Oh ja, das möchte ich, das möchte ich. Ganz wie du willst. Wenn du rumschwächelst, dann führe ich die anderen ohne dich dahin. Was? Wir können sie nicht auch noch zurücklassen? Vertraut mir. Das geht schon klar. Wir treffen uns dann da. Ich wette, ohne mich kommt ihr nicht dahin. Ihr habt viel zu viel Angst. Was? Angst? Zera, Schottie, dieser Weg längerer. Ich frage mich, wie Schottie die Anführerprüfung bestanden hat. Vielleicht war Prüfung für schlechte Anführer. Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs. Pack das Problem bei der Wurzel. Hey! Der Baum hat keine Baumsterne mehr. Das heißt, sie sind alle runtergefallen. Augenblick mal. Wenn dieser Baum keine Baumsterne mehr hat, wie soll ich denn hier diesen einen roten Baumstern finden? Die Baumsterne sind gefallen. Achte auf Baumbewuchs. Baumbewuchs. Den gibt es nur an einer Seite des Baums. Und jetzt? Pack das Problem bei der Wurzel. Wollen mal sehen. Der rote Baumstern. Meinen Respekt, Littlefoot. Dann kommen wir jetzt zur letzten Aufgabe. Warum hat das so lange gedauert? Äh, äh, naja, ähm, wir wollten lieber den abenteuerlichen Weg nehmen. Ja, alles klar. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Vorsichtig nicht. Du lieber nicht so dicht daran geh. Dieser Steinübergang sieht gar nicht so hoch aus. Oh, aber das ist er. Er ist ziemlich, ziemlich hoch. Hä? Ihr seid doch kleine Angsteier. Aber ich nicht. Wow! Ah! Schauti! Ah! 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 Rumbi und Jumper kommen. Ich frage ihnen nach Hilfe. Deine letzte Aufgabe besteht darin, einen Weg durch die Feuergrube zu finden. Und welche Langhaltsfähigkeiten sollen damit getestet werden? Das kann ich dir nicht sagen. Das gehört zur Prüfung. Naja, vielleicht springe ich einfach von Stein zu Stein. Aber die Feuerblasen könnten auf die Steine spritzen. Das ist also kein sicherer Weg, um rüber zu kommen. Es muss einen besseren Weg geben. Wir helfen euch, Schordi zu helfen. Ich glaube, ihr könnt Hilfe gebrauchen. Hört auf zu quatschen. Zieht lieber! Wow! Danke, dass ihr mir geholfen habt. Kein Problem. Das haben wir doch gerne gemacht. Weil ihr mir geholfen habt, dürft ihr beide auch in meiner Gruppe sein. Äh, Herr Jumini. Danke! Hä? Baumstämme wie dieser sind eigentlich immer sehr gut zu gebrauchen. Aber wenn ich ihn in die Feuergrube schiebe, fängt er garantiert Feuer. Nein, das ist auch nicht gerade sicher. Es ist bestimmt gegen die Regeln, um einen kleinen Tipp zu bitten, was? Alles klar, wir nehmen diesen Weg. Das aber nicht Weg zurück. Na und? Das scheint ihn nicht zu interessieren. Er ist zu sehr damit beschäftigt, uns anzuführen. Mir wünscht Liddlefoot, wer hier. Mal sehen, ob ich unserem Anführer was über Anführer beibringen kann. Hör mal, Schordi. Manchmal überlassen die besten Anführer einem anderen die Führung. Tatsächlich? Äh, ja, klar. Frag doch einfach einen von uns, ob er auch den Weg kennt, so wie du. Na ja, also als Anführer frage ich euch, ob einer weiß, wie wir wieder zurückkommen. Also, ich denke schon. Alle mir nach. Wenn ich keinen Weg über die Feuergrube finde, bin ich garantiert durch die Prüfung gefallen. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Die große Langhalsprüfung, das ist die große Langhalsprüfung. Sie macht Spaß, doch sie ist schwer. Ich muss denken, klettern und viel mehr. Nur noch ein Test, ein einziger. Die Langhalsprüfung. Warum fällt mir nichts ein? Ganz allein, ich find es nicht raus. Es gibt einen Weg. Ich muss hinüber, ganz klar. Aber wie, denn sonst ist es aus. Also, wie mach ich das? Die große Langhalsprüfung, das ist die große Langhalsprüfung. Ich schaff das schon, ich darf nicht ruhen. Ich muss nur noch das Richtige tun. Ich weiß genau, ich schaff sie schon. Die Langhalsprüfung. Naja, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja, über die Feuergrube rüberzuspringen. Nein, das schaff ich nie, im Leben darüber zu springen. Tut mir leid, Papa. Ich finde keinen sicheren Weg, darüber zu kommen. Ich bin wohl nicht bereit, ein Anführer zu sein. Ich gratuliere dir, Littlefoot. Du hast die große Langhalsprüfung bestanden. Was? Aber wieso denn? Ich konnte die Feuergrube nicht überqueren. Wieso habe ich bestanden? Diese Aufgabe war anders als die anderen. Dabei wurde dein Urteilsvermögen getestet. Die Aufgabe war nicht zu lösen, Littlefoot. Und du hast richtig entschieden, es gar nicht erst zu versuchen. Und wenn ich versucht hätte, über die Feuergrube zu gelangen? Dann hätte ich dich aufgehalten, denn du hättest es nicht geschafft. Aber auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hättest, Littlefoot, hätte ich dich immer noch geliebt. Gehen wir. Da kommen die beiden. Littlefoot! Hast du den Test bestanden? Ja, das hat er. Papa, ich hoffe, ich kann eines Tages genau wie du eine Herde anführen. Tja, Littlefoot, sieht aus, als hättest du bereits eine Herde, die du anführen kannst. Na super, wieder ein Langhalsanführer. Hey, Littlefoot, du musst mir alles über die Prüfung erzählen. Gib dem kleinen Shorty keine Hinweise, Littlefoot. Hä? Hinweise? Shorty ist noch nicht bereit für die große Langhalsprüfung. Na, was habe ich euch gesagt, Freunde? Hey, Augenblick! Heißt das, du hast sie noch gar nicht bestanden? Na ja, also, nein, ähm, aber ich werde sie bald bestehen. Hm. Ich hoffe nicht allzu bald. Ich hoffe nicht allzu bald. Untertitelung des ZDF, 2020